Es war immer mein Traum, Galactic Ranger zu werden. Große Taten zu verbringen, wie Captain Quark. Du hast nicht das Zeug zum Ranger. Warten Sie, geben Sie mir doch ne Chance. Sorry, keine Zeit. Galaxie in Gefahr. Also ab durch die Mitte. Und denk dran, alles was du willst, kannst du erreichen. Solange du Captain Quark bist. Und Action! Ratchet und Clank Puh, ist ja gerade noch mal gut gegangen, hä? Ja, das wird sicher ne Beschwerde beim Boss geben. Ratchet und Clank